Ich geh wieder auf Nila. Ja, guck, Nila frisst Nila und bumm. Das Einzige, was der Bruder macht, ist einfach nur Mind Control. Aua. Ich bin... Hallo. Ich... Er hat mich doch die ganze Zeit angegriffen. Ach, du hast mich getötet. Ähm... Ich hab auch so einen Mind Draft gemacht. Äh, das ist ja ein Speck auf dich. Wie viel hab ich dich gehintet damit? Oh, der ist genau. Lipp.